Ich schaffe gerne bei der Sensirion, weil ich gerne mit hochmotivierten Leuten zusammenarbeite, die es hier hat. Weil wir eine super Firmenkultur haben und auch sehr spannende Projekte. Super Firmenkultur definiere ich mit einem sehr guten Umgang miteinander. Immer das Ziel vor Augen und motiviert darauf hinarbeiten. Herausforderungen sind viel technische Herausforderungen, das Next Level im Produkt, technische Produkterfüllung zu erreichen und natürlich unsere Kundenwünsche zu erfüllen.